Bitte nur um ein Zeichen, wenn ich dann beginnen darf. Gut, danke. So, dann starten wir mit der Sieger-Erbung der Bezirksmeisterschaft. Sie sind in der Klasse lizenzfrei. Der Sieg in diesem Bewerb geht an Sternenstaub, geritten von Viktor Madensky. Er erhält eine Gesamtwertung von 14,2. Platz Nummer 2 geht mit einer Gesamtwertung von 13,5 an Annika Hronek auf Waterdeep Struggle Squad. Herzlich Glückwunsch. Bravo. Und zum dritten Platz gratulieren wir Annika Braunau auf Ostea mit der Gesamtwertung von 13,3. Gratuliere. Und schließlich über den vierten Platz dürfen sich Delia Mittermeier und Elisabeth Dicke liefern. Sie erreichen eine Gesamtwertung von 12,8. Gratulation. Wir gratulieren herzlich dem Sieger und dem Platzierten. Wir bitten nochmals um den Gruß und um eine Ehrenrunde im Galopp auf der rechten Hand. Wir bitten nochmals um den Gruß und um den Gruß und um den Gruß und um den Gruß und um den Gruß. Wir bitten nochmals um den Gruß und um den Gruß und um den Gruß.